Herzlich Willkommen Freunde, zurück zu einem weiteren Video zu mehr Wissen, mehr Profit. In diesem Video möchte ich mal über einen Indikator sprechen, die Stochastik D oder auch Stochastik K, spielt keine Rolle in diesem Fall, ist es die Stochastik D. Und ich möchte einfach mal kurz eingehen, was dieser Indikator macht und wofür man es eventuell verwenden kann. Ich werde jetzt in einer Strategie mal den Indikator öffnen und den mal bildlich, natürlich nicht bildlich die Formel vorstellen, sondern bildlich mal zeigen, was der Indikator, die Stochastik D, was der überhaupt macht. Und hier haben wir eine Aktie von Home Depot und hier unten ist dieser Indikator mal abgebildet mit den Einstellungen 80-20. Wahrscheinlich hast du davon schon mal gehört, wie der RSI, Relative Strength Index, das heißt der oszilliert ja auch zwischen 0 und 100. Also die Stochastik D und der RSI haben eine Range, oszilliert zwischen 0 und 100. Also da bewegt sich immer dieser Oszillator, der Indikator, kann man nicht sagen, ist ja ein Oszillator, aber es wird ja heute sowieso alles miteinander vermischt. Ganz genau genommen ist es ein Oszillator, der oszilliert zwischen 0 und 100. Und da bewegt sich natürlich auch unser Kurs. Jetzt ist es so, man könnte jetzt den Oszillator als Kontratrend oder auch Mean Reversion Trader anwenden. Das heißt, wenn dieser Kurs über einen bestimmten Level, hier in meinem Fall habe ich jetzt einen Level von 80 eingestellt. Das siehst du hier anhand der roten Linie, der gepunkteten roten Linie. Das heißt, dass der Kurs, wenn der Kurs über die gestrichelte Linie, in meinem Fall 80, das kann man ja selbst einstellen, möchte ich ein Signal bekommen bei 70, 80 oder auch 90. Das Ganze müsste man testen, natürlich welche Werte bringen die besten Ergebnisse. Hier habe ich 80 mal eingestellt. Das heißt, wenn der Kurs über die 80 Linie oben ist, sage ich, der Markt ist überkauft und ich gehe davon aus, dass der Kurs wieder fällt. Das kann man hier sehr schön erkennen. Den Tag davor hat es die rote Linie überschritten. Der Schlusskurs war über der roten Linie. Dann bekomme ich ein Signal, am nächsten Tag die Aktie zu kaufen auf fallende Kurse. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um so einen Oszillator einzusetzen als Mean Reversion Trader. Und in die andere Richtung geht es natürlich auch, wenn der Kurs gefallen ist, eine Zeit lang, unter die 20er Linie. Dann gehe ich davon aus, dass es wieder nach oben geht. Dass es wieder einen Schwung nach oben gibt. Also steige ich dann ein auf Buy, auf steigende Kurse wieder. Du weißt ja, der Kurs verlauft ja immer zickzackförmig, mal nach unten, mal nach oben. Das spielt in diesem Fall als Mean Reversion Trader keine so große Sache. Denn wenn es mal nach unten geht, ein Pulsiv Move, muss es ja logischerweise auch mal ein Pullback geben. Und das geht auch in die andere Richtung. Also Trenderkennung kann ich dir nur ans Herz legen. Da habe ich ein Video gemacht, Candlesticks Trenderkennung. Da zeige ich dir ganz genau, wie du erkennst, in was für einem Trend du dich befindest. In einem Bullenmarkt oder in einem Bärenmarkt oder seitwärts. Oder wann kommt mal eine Trendumkehr. Das ist die Hauptaufgabe eines Oszillators. Stoch D oder RSI spielt keine Rolle. Alle bewegen sich in einer Range. Oszillieren zwischen 0 und 100. Das kann man hier schön erkennen. Und dann kann man sagen, okay, diese Werte sind in Ordnung. Wenn der Kurs eine bestimmte Linie an Level erreicht, dann steige ich entweder ein oder steige ich ein. Entweder auf fallende oder auf steigende Kurse. So Freunde, ich hoffe, es hat dir geholfen ein wenig, den Oszillator Stoch D oder auch der RSI. Das ist ja das gleiche, nur er wird halt anders berechnet. Aber die Oszillieren alle zwischen 0 und 100. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, als Mean Reversion Trader das einzusetzen. Herzlichen Dank, ich wünsche dir viel Erfolg, eine hohe Performance und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.